Porus One in einer Tagesdosis von 500 Milligramm entspricht der Absorptionsfläche von drei Tennisplätzen. Daher wird unabhängig vom Gewicht ein Stickpack pro Katze und Tag dosiert. Es wird einmal täglich über das Katzenfutter verabreicht, indem es direkt über das Feuchtfutter eingestreut und dann kurz untergemischt wird. Für die Fütterung mit Trockenfutter empfiehlt sich zum Binden der Kügelchen etwas Feuchtfutter oder Katzenpasten oder Gelees. Gebunden am Futter wird Porus One von der Katze einfach aufgenommen. Es ist geschmacklos und wird daher von der Katze gut toleriert. Die Packung reicht für 30 Tage. Porus One für die Nieren bei Katzen. Damit Katzen, die urämischen Toxine, nicht an die Nieren gehen.